hallo und herzlich willkommen zurück bei industries of python müssen hier mal ganz kurz canceln wir werden nämlich gerade schon wieder angegriffen wenn ich weiß von wo von da mein command center repair all also direkt wieder das gibt's nicht wo wir müssen die ausrotten wir müssen die ausrotten unbedingt schießt doch das dauert so lange bis die voll sind ich weiß nicht ob das besser ist ob mir mir die wirklich upgraden sollen heute repair erst mal wieder alles reparieren und ich weiß nicht ob das so sinn macht die alle auf drei abzugreifen ich meine sie machen dann mega schaden aber das dauert ja super lange bis die nachgeladen sind versteht ihr das ist ja aber egal da müssen wir halt mehr bauen das ist ich habe grad jetzt alle grad jetzt alle und ich will eigentlich auch hier expandieren gibt es doch nicht wo sitzen die denn die jungs die baube ist noch irgendwo sitzen mir mir ich muss ja da so ein wäking bauen das an mein land angeschlossen ist sonst was wieso kann ich das ach wenn ich keine dings habe problem haben wir hier drüben doch glaube ich auch hier oder irgendwie an mein meinem land verbunden sein sonst geht's nicht gell irgendwas war doch da junge 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 jungen haben die wir schön ring gehauen hier und das obwohl ich so viele türmen stehen habe können hier wieder eins zwei drei nasen hier wieder konvertieren repair all hier jetzt haben sie es gefressen also wir müssen die jungs wir müssen die jungs finden und und ausrotten und das mit diesem lager das ist immer noch keine ahnung ich weiß ich weiß es nicht keine ahnung halt kaputt verpackt upgrade upgrade machen wir direkt direkt hinterher wie viel dreißig hatten wir dreißig weil wollte ich eigentlich weg wenn nämlich hier wenn ich bauen kann setzen wir hier das nächste command center hin und strom dann wollen wir doch mal gucken ob wir die jungs nicht finden das gibt's doch nicht das gibt es doch nicht wenn sich doch ab ende die kannst du hier nicht verstecken nein 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 kann ja nur hier oben in der ecke und es hier irgendwie sein oder da vielleicht nochmal in der ecke aber meint ihr das ist da ich kann da gar nicht hinklicken ja alles abgegradet die jungs endlich mal finden also langsam sind sie etwas penetrant so können wir bauen alles klar haben wir gerade direkt strom daneben der oberlehr reicht nämlich nicht dreimal upgraden damit ich überhaupt darüber komme wenn überhaupt so military command center bieb strom da haben wir genügend einfluss dass wir hier das land kaufen können auch rein uns meins oh das kann ich nicht achso weil ich nicht genügend habe ok gut meins 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 mal gucken was mir hier sonst so noch hier alles mir meins haben wir irgendeinen der m43 die blöd rumstehen ok hier schick da mal ein hängen das geht nicht ok dann äh claim das doch mal und schick da mal ein hängen ne wir haben hier noch eine note wir können hier eine meaning bauen erstmal stand da an diesen kleinen schnuckels da rum ja ich meine minerals kriegen wir genügend ne wir können das hier zum beispiel da noch einen hängen setzen da noch einen holen die das alles ok ja wir haben wir genügend mineralien du hast keinen strom upgrade upgrade ich finde die ich finde die jungs ich finde sie und wenn es das letzte ist was ich tue upgrade ich kann ich nicht mehr upgraden dieses land claimen jetzt wir setzen da das nächste command center hängen es müsste doch dann eigentlich reichen dass wir hier unten die ecke gecleared haben oder dass wir sicher sind dass da nichts mehr ist ich finde die jungs ich finde sie und ich rote sie aus ich brauche noch ein bisschen ansehen immer noch nicht junge wie viel strom ok gut alles klar da müssen wir hier strom hinstellen hat sonst das macht sonst keinen sinn ja sonst überbrücken wir diesen abstand nicht der schafft es nicht und er schafft es auch nicht ja das wird nicht das wird nicht so groß naja setzen wir da noch ein hängen das macht doch nix wir könnten den nochmal upgraden uuuuuhh jetzt werden die batterien leer die batterien werden leer und wir hier noch welchen zack ach tschuldigung 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 leute da sind sie ich wollte das hier sind sie hier sind sie hier mein land mein land kommt strom hin dann werden sie ausgerottet ja ja was 인ST Ja, ein paar Arbeitslose. Oh, 44 Stück, guck mal her. So, kriegen wir Mineralien und wir kriegen alles andere. Die Leute stehen nicht blöd rum. Noch welche, die nur rumstehen? Ne, jetzt sind sie alle beschäftigt. Sauber, schön. Minus 1 Citizen. Was? Wieso denn Minus 1 Citizen? Würde ich sagen. Ich habe sie gefunden. Upgrade. Upgrade machen wir einfach, dass wir eine Überlappung bekommen. Ich habe sie Upgrade gefunden. Da und da sind zwei Stück. Ausmerksam. Dann ist hier hinten mit Sicherheit in der letzten Ecke auch noch eine. Holen wir das weg. Sollen wir uns mal aneignen. Wenn es da Strom benötigt wird, machen wir das auch noch. Aber dann dürften wir die Ecke haben. Also wenn wir jetzt hier und da noch eins hinkstellen, dann dürften wir die Ecke hier unten haben. Dann dürfte da auch nichts mehr sein. Hier oben haben wir jeweils die Camps gefunden. Eins. Command Center. da kannst du nicht bilden nicht mal das upgrade dann da einen mitarbeiter mal reinschicken dass der wieder strom produziert habe ich irgendwas ausgeschaltet ist noch ach ich vergaß wir können die mini upgraden haben wir mehr isotopen die wir brauchen jetzt alle beschäftigt sind sie ok hätte ja sein können hätte ja sein können dass da irgendjemand herumsteht ja da zack zack ich kann da ich nicht hin klicken ich bin das hier mein land haben wir nichts mehr kein einfluss mehr können wir die dinge nicht kaufen aber das macht nichts er wird schon wieder mehr na ja freunde der nacht wer singt und lacht komm 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 gib mir doch noch mal 9 und 10 sauber mir dann setzen wir da auch noch ein command center hin mit strom werden wir die jungs mal gehörig aufmischen was machen die jetzt hier alle für jobs nach nur früh ist alles klar ist ja dann auch gleich erledigt werden gleich ja genau das ist hier unten müsste dann gleich erledigt sein stehen da noch da stehen noch 65 mineralien na gut ist ein isotop das kommt weg aber 65 mineralien ist schon respekt müssen wir hier mal gucken was auch mal fertig gemacht wird mal 0 0 0 da ist glaube ich auch 0 0 alles klar so jetzt müsste das doch ein bisschen schneller gehen ding 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 weg alles klar was machen jetzt ja ruinen ressourcen wegräumen na geil so hier muss einer rein der uns ein bisschen strom macht und dann werden muss es auch noch genau so wie die die können wir gar nicht mehr upgraden hat das können wir upgraden aber das nicht mehr ok easy easy wir haben wir haben genügend batterien als als wir haben genügend power in den batterien ist alles gut so dass wir jetzt hier auch gleich fertig dann machen wir nicht gleichzeitig sondern nacheinander so zack machen wir das was ist denn hier hier können zwei leute rein wir können das noch mal upgraden die mine ja weit sind jetzt was haben die hier oben ja genau da können wir doch jetzt hier sind energie pylon hinstellen man sind ja ohne strom jetzt mal isotopen haben wir nichts hier können wir destroyen damit das zerstören das zerstören hallo destroy habe ich gesagt dann könnten wir das hier claimen und das dafür langt es nicht mehr genau weil das jetzt so teuer ist weil es hoch ist große häuser sind da ist die chance größer mehr zeug zu finden mehr und bessere sachen so Freunde ich hab's euch gesagt ich hab's euch gesagt ich sag es euch sind die wieder sind alle beschäftigt das ist gut wenn die alle beschäftigt sind ist mir das egal ach so wie sieht's hier unten aus hier unten sind ja ich kann ja nicht hinklicken die sind hier unten nicht nein 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 die sind hier unten nicht hier unten ist fast nichts mehr sei denn wirklich hier in der hinterletzten ecke aber das bezweifle ich ja minus ein worker was ist denn los warum warum sterben mir denn die worker minus ein citizen die verrecken mir warum verrecken die was mit dem die haben doch hier keine solution 31 prozent gut ja ja ich meine wir können die auch hier rüber ziehen setzen bis sie hier hängen dann irgendwie irgendwo dann sollten sie doch safe sein oder wie seht ihr das military command center zack Oh Freunde der Nacht wir upgraden das nochmal und dann müssen wir mal in das conceal gehen ein paar Mineralien verkloppen oder artefakte ich glaube ich besser 1 2 3 4 5 merken wir nicht medrate tickets haben wir nicht aber jetzt aber 166 einfluss wieder das heißt wenn das hier abgegradet ist können wir hier das alles claimen und ja stören also wie das hier easy läuft freunde das tut mir leid falsche gemacht claim dismantle claim dismantle so was aber auch habe ich das camp ausgerottet und das tut mir leid sorry upgrade auch direkt hinterher ihr wolltet es so ihr wolltet es so ich will kein ton hören ihr wolltet es so ihr habt mich dauernd angegriffen eigene schuld ist eure eigene schuld kann ich denn da noch ein command das da müsste ich dann mal weg machen kann der sich hier die ecke noch mal ausleuchte hier die ecke ich glaube da ist was könnte aber das erfahren wir in der nächsten folge ich bedanke mich fürs zuschauen schön dass ihr da wart habt eine schöne zeit bleibt gesund und wenn ihr könnt bleibt zu hause zuschauen